Down in the hot fire Hallihallo und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Ähm, ja, ich bin jetzt zwar noch im Star-Stable, aber gleich nicht mehr, weil heute werde ich, ähm, also ich werde auf jeden Fall jetzt ein Bild machen von meinem schönen Lusitanen und dann werde ich was Spezielles zeichnen und ja, ich schaue jetzt mal, was für ein Foto ich mache. Ähm, ob ich das Fett, äh, steigen lasse oder halt so brennen. Versuch erst mal so. Also, ich nehm grad auf. Machst du bitte die Tür zu? Okay, das war mein kleiner Bruder, aber ich glaub, das ist nicht so schön. Okay, jetzt ist zum Beispiel, ähm, ne, verrate ich mir, äh, noch nicht, was ich vorhabe damit, aber ja. Hm, oder lass ich jetzt steigen. Okay, nein, ich glaube, ähm, Vollbremsung. Äh, ähm, blech, ich kann nicht mehr reden. Und ja, es ist gerade 20 Uhr, wirklich Punkt 20. Und ja, es ist noch nicht richtig dunkel, Star-Stable, sondern, ähm, ich hab's eben hier so eingestellt. Eigentlich ist es, äh, ungefähr so. Aber ich bin dunkler. Es ist ein bisschen passender. Ich bring's jetzt einfach mal. Oh, ja, das sieht gut aus. Aber naja, mein Foto kann ich jetzt ja auch machen. Okay, nein, ich mach, äh, kein Filter rein. Hm, 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 hm. Okay, und Foto gemacht. So. So, jetzt geh ich mal hier hin. Und schaue, wie ich das jetzt mache. Äh, nee. Ich will jetzt nur ranzuholen. Okay, gut. Aber was will ich denn aus? Ich nehme erst mal Bleistift. Okay. Vielen Dank.